Und holen uns jetzt hier erstmal dieses Paket für 9,99€. Dein Kauf war erfolgreich, das heißt... Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Ja, das Update ist draußen. Ich habe keine Videos zu den Sneak Peaks gemacht, lag einfach daran. Ich hatte keine Zeit, ich hatte recht viel zu tun das Wochenende über und deswegen gibt es mir hier heute nur das eine Video bzw. erst jetzt ein Video zum Update. Das setzt sich auch gar nicht so lange her. Ich habe ja wieder erzählt, dass ich meinen alten Account sozusagen jetzt wieder habe. Das ist übrigens der hier, wer das Video nicht geguckt hat, kann gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen, dann erfahrt ihr genaueres dazu. Auf jeden Fall hat ein Superset was gemacht, was sie seitdem ich COC und seitdem ich CR spiele... Das ist schon wirklich eine echt lange Zeit. Ich glaube ich habe damals mit COC angefangen, das war so 2012 würde ich mal sagen. Vielleicht ist es sogar noch weiter vorne. Aber so eine Sache haben sie echt noch nie gemacht und zwar ein Sonderangebot. Natürlich, Leute, dieses Angebot werden wir uns heute snacken und natürlich hier eine Legendary-Truhe uns holen und natürlich auch nochmal gucken, was wir uns noch hier Neues im Update, sag ich mal, gönnen können. Bis jetzt ist es ja nur so an neuen Karten, ist ja bis jetzt ja nur dieser Mega-Minion rausgekommen und in den nächsten zwei Wochen werden dann noch diese weiteren drei Karten hier released. Da steht ja auch direkt demnächst verfügbar, beziehungsweise... Ne, der Mega-Minion ist auch erst in elf Stunden verfügbar, das heißt, den können wir heute auch noch gar nicht ziehen. Das heißt, die nächsten Tage wird es, beziehungsweise die nächsten Wochen wird es auch wieder aktiver CR geben. Ich denke mal, jetzt durch dieses überarbeitete Turnierprinzip hoffe ich mal, dass ich auch wieder mehr Spaß hier an CR finde, denn das alte Turniersystem, was jetzt ja eigentlich auch noch ein bisschen abgewandelt ist, das kann man ja immer noch hier erstellen. Okay, mal gucken, gibt es jetzt hier auch neue... Naja, okay, immer noch das für 10.000, ich denke mal das für 100.000. Es gab ja diesen Schwarzmarkt, ich weiß, da bin ich jetzt gerade nicht so genau im Spiel, ich habe das zwar mitbekommen von Lichtle und auch von Trimax, dass die da ein bisschen drüber gesprochen haben. Hat mir die Videos kurz angeguckt, aber so genau weiß ich bei diesen Schwarzmarkt nicht Bescheid. Das heißt, ich höre euch jetzt auch hier nichts Falsches zu erzählen, aber kann sein, dass sie es deswegen auch so ein bisschen umgeändert haben. Auf jeden Fall werden wir uns heute hier diese große Herausforderung mal angucken, da mal ein bisschen reinschnuppern und ansonsten natürlich hier mal eine legendäre Truhe aufmachen, um zu gucken, dass ich hier vielleicht ja eine legendäre Karte ziehe, die ich selbst noch gar nicht habe. Mir fehlt ja hier noch der liebe Holzfäller. Komisch, oh, ungespielt, Just Win Life, alles klar. Aber komisch, dass sie mir hier neuerdings angezeigt werden. Normalerweise war es ja so, dass die legendären Karten, die man noch nicht hat, dass die einem auch noch nicht angezeigt werden, aber naja, ist nun mal so. Ich würde erstmal sagen, wir laden uns jetzt erstmal hier für 50 Euro ein paar Gems auf. Ich denke mal, wir werden die dann auch für die nächsten Wochen auf jeden Fall noch gebrauchen können, wenn hier die neuen legendären Karten rauskommen. So, ich habe jetzt hier einmal ganz kurz Gems aufgeladen. Ich denke mal, die werden wir uns dann erstmal aufheben, wenn es dann soweit ist, wenn diese neuen legendären Karten, beziehungsweise jetzt als erstes natürlich der Mega-Minion, den ich übrigens so vom Prinzip her echt mega feierst. Ich glaube, das ist eine mega krasse Karte. Ich denke mal, da kann man bestimmt ordentlich was mit anfangen. Aber das werden wir dann erst natürlich in 11 Stunden sehen, wenn ich mir dann auch höchstwahrscheinlich aus einer Truhe ziehen kann. Aber erstmal, wie gesagt, haben wir uns jetzt hier ein paar Gems aufgeladen und holen uns jetzt hier erstmal dieses Paket für 9,99 Euro. Dein Kauf war erfolgreich. Das heißt, oh, ohne Vorwarnung kommt hier direkt ein Eismagier raus. Das ist schade. Ich habe gehofft, dass ich eine neue legendäre Karte bekomme. Aber Eismagier ist auch nicht schlecht. Benutze ich auch sehr gerne. Und ihr seht hier natürlich nochmal neue Gems mit dazu. Und leider ist es jetzt ausverkauft. Charles Supercell ist nicht so gemacht, dass sie, ja, vielleicht irgendwie sagen, wir geben das Sonnenangebot vielleicht auch nochmal neu raus. Aber werden wir mal gucken. Zumindest, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass man solche legendären Truhen, beziehungsweise diese epischen Truhen, die auch mit dazu gekommen sind, dass man die hier auch im Shop kaufen kann. Ist jetzt leider nicht so. Sonst hätte ich gerne nochmal mit euch hier irgendwie so eine legendäre Truhenöffnungsfolge gemacht. Das wäre auf jeden Fall ganz lustig gewesen. Wenn ich hier probiere, meine legendären Karten, sage ich einfach mal, aufzuführen. Genau, vielleicht will Supercell da auch so ein bisschen mit entgegenwirken. Kommt drauf an, sie hätten halt einfach die legendären Truhen sehr teuer machen können. Aber, naja, wird man ja mal gucken, was Supercell in dem Sinne noch macht. Ich hätte es mir ja natürlich gerne gewünscht, wenn die sowas machen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir gucken nochmal ganz kurz eben in die Gratistruhen rein. Ja, okay. Das weiß ich, in welcher Arena ich bin. So, zack. Und jetzt gehen wir mal hier zur großen Herausforderung. Und die werden wir uns jetzt auch einmal ganz kurz angucken. Wir machen, denke ich mal, ein Fight, weil sonst das Video, glaube ich, zu lang wird. Werde ich mal gucken. Aber das Ganze kostet jetzt hier, um einer großen Herausforderung teilzunehmen, kostet das 100 Gems. Das machen wir auch natürlich sehr gerne. So, zack. Und da sind wir auch schon drin. Mein Preis bis jetzt wären schon 1400 Gold und 20 Karten. Aber wir wollen natürlich hoch hinaus. Leute, wir wollen hoch hinaus. Wir suchen uns jetzt hier die Gegner. Und gucken einfach mal. Okay, ich schaffe schon mal die Aktiv. Viel Glück. Wir haben Level 9er als Gegner. Und schauen dann einfach mal. So, ich habe leider gerade eine sehr, sehr beschissene Anfangshand. Ich will mich nicht falsch ausdrücken, aber die ist echt ein bisschen unglücklich. Denn ich muss hier mit dem Golem anfangen, weil meine kleinen Skelette können da gegen den Magier nicht wirklich viel ausrichten. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, wie er weiter auf meine Karten hier so reagiert. Ich mache erstmal weiter mit den Skeletten und starte hier schon mal einen kleinen Push. So, Sepp halte ich auch mal bereit. Okay, er hat einen Päcker, den er in der Defensive setzt. Da ist es sehr gut, dass da meine kleinen Skelette den noch so ein bisschen aufhalten. Ich setze auch nochmal meinen Mini-Päcker damit zu. Und Sepp jetzt vielleicht mal eben kurz hier an der Stelle. Und wir machen hier schon wirklich echt guten Schaden an seinem Turm. Mein Mini-Päcker rackt jetzt den großen Päcker. Beziehungsweise mein Eisenmager hat ihn jetzt hier im Hintergrund gebrutzelt. Und jetzt legen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Führung. Ist doch ganz gut. Und ich muss mich mal wieder dran gewöhnen. Und ich habe jetzt hier wieder die Facecam angemacht, dass ich mich hier auch in der Mitte positioniere. Also beschwert euch bitte nicht. Ich habe die echt lange nicht in meinen Videos verwendet. Aber jetzt geht es auch hier mal wieder mit los. So, er hat auch eine Elixierpumpe. Das heißt, vielleicht hat er auch etwas Größeres am Start. Er kommt jetzt hier auf der einen Seite mit dem Magier. Ich mache einfach mal hier weiter mit meiner Golem-Taktik. Aber erstmal ist natürlich der Fokus, dass wir hier auf der Seite ein wenig verteidigen. Ich denke mal, gleich kommt von ihm der Freeze. Ich hole jetzt mal kurz meinen Mini-Päcker hier ein bisschen zur Ablenkung raus. Der hat Gott sei Dank noch... So, hier muss ich jetzt eben zappen. Komm, zack. Sehr schön. Der Päcker alleine dürfte so vom Prinzip her nicht so viel Schaden machen. Ich hoffe es zumindest nicht. Denn mein Golem ist auch auf der anderen Seite durch. Und ja, okay. Er hat jetzt meinen Turm da bekommen. Habe ich doch ein bisschen unterschätzt. Aber wir werden wahrscheinlich seinen Turm auch gleich bekommen. Zumindest ist unser lieber Golem da noch am Start. Und der dürfte jetzt den Turm... Oh Gott, ey. Das ist doch ein bisschen... Bisschen unglücklich. Aber wir werden ihn auf jeden Fall bekommen. Ansonsten haue ich da im Endeffekt noch einen Zap drauf. Und dann läuft der Hase so. Bitte überlebt, lieber Eismagier. Ach, verdammt. Okay, jetzt wird es hier nochmal ein bisschen kriminell. Ich will hier auf jeden Fall nochmal einen Zap drauf fahren, damit wir den Käse hier auch nicht verlieren. So, jetzt hier nochmal ein Gift. Damit der Stuff auf der Seite ein bisschen geslowt wird. Okay, den Eismagier, den kann ich da jetzt schlecht alleine lassen. So, so, so. Ich glaube, ich setze hier gleich einfach mal einen Golem in der Defensive. Beziehungsweise muss ich gerade gar nicht. Dann werden wir jetzt mal auf der Seite nochmal einen Push starten. Und jetzt ist auch schon das Kron-K.O. Okay, er kommt auf seiner Seite mit einem Päcker. Ich bin auf der anderen Seite mit dem Golem am Start. Das heißt, wir gehen jetzt hier beide scheinbar... ...auf Full Push. Okay, okay. Das wird... Das wird interessant. Das wird interessant. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Wer ist hier im Endeffekt schneller? Ich hau hier den Zap drauf. Er hat da gefreezt. Komm, 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 komm. No way. No way. Nein. Nein, nein, nein. Schnell, schnell. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Ey, das gibt es doch nicht. Da war der Päcker schneller. Der Freeze von ihm, der war echt gut gemacht. Den habe ich gerade nicht im Kopf gehabt. Verdammt. Verdammt. Ey, das ist doch... Das ist doch mies, ey. Der erste Fight. Leider haben wir nicht gewonnen. Aber ich glaube, wir hängen hier direkt noch einen zweiten ran. Wir springen hier direkt in den zweiten Fight rein. und kämpfen hier gegen den Hugo Boss, der hier direkt ein wenig aggressiv beginnt. Mit ein paar Sperrkobolden. Wir gucken mal. Unser Deck hat ja eigentlich so vom Prinzip her funktioniert das ja noch. Nur ich muss mich jetzt mal wieder so dran gewöhnen. Die haben jetzt alle so ein bisschen... Äh... Ja, ich wollte es gerade sagen. Die sind ein bisschen aggressiver hier alle so geworden, habe ich das Gefühl. Vor allem jetzt gerade der hier. Der kommt hier mit ganz schön viel kleinem Scheiß. Das gefällt mir nicht, weil... Ich habe zu Anfang hier natürlich das Problem, dass ich nicht sehr viel habe, was ich so in der Defensive einsetzen kann. Ich habe halt sehr viele Tank-Einheiten. Mein Golem kommt hier sehr schön durch. Ich kann ja auch nochmal probieren den Gift... Ah, ich glaube, der kommt jetzt auch schon zu spät. Aber mein Golem hat, wie gesagt, schon mal einen ganz guten Schaden dort gemacht. Beziehungsweise, ja, ich hätte den Gift vielleicht doch einsetzen können. Denn, ja, jetzt kommt er hier mit ordentlich Kleinvieh. Ich glaube, da setze ich einfach mal mein Gift ein. Ah, okay, war ein bisschen überfällig. Okay, den hätte ich nicht einsetzen brauchen. Weil jetzt werden wir seinen Turm auf jeden Fall bekommen. Und müssen leicht zusehen, dass wir in der Defensive was machen, dass er da nicht durchkommt. So, wenn es auch nur eine kleine Elixierpumpe ist. Aber wir halten seine verdammten Sperrkobolder auf jeden Fall ein bisschen auf. Beziehungsweise, sie haben jetzt doch endgültig unseren Turm bekommen. Und das ist scheinbar einer, der einfach nur seine kleinen Truppen spammt. Und solche Leute habe ich auf jeden Fall vermisst. Ganz ehrlich, habe ich vermisst. Aber es ist jetzt so ein großer, so ein großer, so zwei große Seitentreffen aufeinander, würde ich einfach mal sagen. Ich hier mit meinen relativ vielen großen Einheiten. Er hier mit relativ viel kleinen Vieh. Und das wird hier auf jeden Fall interessant. So, ich setze nochmal meinen Eismagie hier ein. Der kommt mir hier schon wieder mit zu viel Mist. Das ist, ich mag den Typen nicht. Der ist mir unsympathisch. So, wir machen erstmal ganz, ganz normal weiter. Wir gehen hier unseren Weg. So, Minipäcker. Und da kommt dann auf jeden Fall gleich unser Gift. Genau an die Position. So, und jetzt soll der Hase doch mal laufen. Okay, okay. Ich gehe jetzt hier einfach mal nur auf Angriff. Und mein Golem kommt leider nicht durch, weil er da so viel Scheiße hat. Ohne Spaß. Der hat da so viel Dreck, den er dagegen werfen kann. Da komme ich leider gerade nicht so wirklich durch. Und das geht schon wieder in die Verlänger. Und das geht hier schon wieder in die Verlänger auch hinein. Und hier nochmal eben kurz den Zap. Damit er da auch nicht durchkommt. Und wir werden jetzt gleich nochmal unsere Taktik natürlich hier mit dem Golem vorweg probieren. So, zack. Und den Gift haue ich diesmal ein bisschen weiter in die Mitte. Ah, verdammt. Er hat halt die Barbaren noch, die im Endeffekt ihm da wahrscheinlich noch den Arsch retten können. So, Zap an die Stelle. Okay, der war vielleicht ein bisschen unnötig. Mein Golem. Na, alleine. Ich muss halt auch auf die Barbaren aufpassen. Alleine schafft er vorne nur ein paar kleine Hits. Aber zum Großen und Ganzen komme ich daran auch nicht voran. So, mein Babydrache macht da jetzt auch nochmal ein bisschen Rabauts. Und sein Skelett können wir auch nochmal verteidigen. Und jetzt werfe ich nochmal einen Giftzauber drauf. Damit er seinen kleinen Müll auch nicht nochmal weiter rumwirft. Ey, ohne Spaß. Solche Leute habe ich echt nicht vermisst. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Schon wieder solche Spammer hier. Ihr kleinen Spammer. So, ich setze hier nochmal einen Golem in der Defensive. Das ist mir jetzt egal. Ich gehe... Wenn der so weitermacht, gehe ich hier nur noch auf Defensive. So, wat? So, wat geht mir dann doch wieder auf den Hals, ey. Okay. Zap an der Stelle. Bleibt bitte da an dem Giftzauber. Dankeschön. Und wir spielen das jetzt einfach so runter. Das ist mir egal. Wir spielen das jetzt hier so runter. Okay. Okay. So viel Müll. So viel Müll. So. Zap an der Stelle nochmal. Leute, was ist das? Das ist doch keine Taktik. Das ist doch keine Taktik. Ich kann jetzt hier gerade auch nicht wirklich vorankommen. Weil ich... Ihr seht es halt. Ich muss die ganze Zeit irgendwie was dagegen werfen. Damit er da nicht mit seinen ganzen Mistviechern durchkommt. Ich setze hier einfach nochmal meinen Golem in der Defensive. Der den Müll wieder auffällt. Hier mal eben den Zap. Damit da auch nicht zu viel Müll kommt. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ey. Verstehe ich nicht. Verstehe ich. Ich dachte, solche Sachen sind aus dem Trend. Aber scheinbar doch nicht. Guck dich das einfach mal an. Das ist doch keine Taktik. Naja. Naja. Ich darf mich nicht beschweren. Ich darf mich nicht beschweren. Einfach weiterspielen. Das ist nur ein Spiel. Und er macht... Was ist das? Er setzt einmal eine Goblin Burial an der Stelle und macht hier so viel Schaden. So. Okay. 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 Ich hab's verstanden, Kollege. Ich hab's verstanden. Es gibt es doch nicht. Hallo. 16 Sekunden. Let's go. Okay. Bleib dem Sepp bereit. Bleib dem Sepp bereit. Bleib dem Sepp bereit. Sepp. Sepp. Scheiße. Okay.